Sehr spannend, ich muss mir die gleiche Position hören. Halt dich fest, gleich ruckelst du bei den Kriegen. Ausgezeichnet. Fucking Bastard. Mal gucken, was bei dir so im Cockpit abgeht, Alter. Du hast ja die komplette Scheibe vollhängen mit so einem Winkel. Ja. Und dann deine Wand rein dahin. Ja, die sollen es doch fertig machen. Scheiss. Missgebunden. Schauer da mal, wenn man da fährt, ey. Wir müssen fertig werden, Tobi. Warum? Ich hab keinen Beton mehr. Soll ich was sagen? Tobi hat Beton. Ach, ist das jetzt dein Ernst? Ach ey. Man, oh man. Wenigstens hast du dich mal gescheit auf die Seiten gelegt. Ich hab dich mal gescheit auf die Seite gelegt. Ich hab dich mal gescheit auf die Seite gelegt. Ich hab dich mal gescheit auf die Seite gelegt. Oh Gott, man kommt fünf Meter voran, dann fährt der nächste vorne rein. Ach, Mann. Ich hab dich mal gescheit auf die Seite gelegt. Ich hab dich mal gescheit auf die Seite gelegt. So 302 So 302 So 302 well Und wieder 20... 11 Kein Problem Die bedanken sich alle bei mir aus. Und was machst du denn wieder? Kann passieren, dass ich die auch habe. Pyromix 4, CB4 von Jörg. Komplett Feuerwerk. Es ist gar nichts mehr los hier. Wenn mal ein Auto steht unter dem Ding. Man! Psoffensider oder was ey? Kommst du da nochmal raus? Gib mal Gas. Na klar. So, ansonsten hat man ja Differenzialstherre. Wie? Echt jetzt? Ohne Scheiß? Alter! Also LKW müde Teil 2. So, ich schau mal... Ah tada! Reuotreut. Du schüttest mir den Spiegel. Ich denke ich bin gerade so auf. Was war denn der? Alter Pisser, was willst du denn? Ich stehe nur an der Seite. Hallo? Martin! 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 Markus! Weiß ich jetzt nicht genau für mich? Ich denke mal da eine LKW da steht. Stay schau, oder? Also das war jetzt schon der zehnte, der fünfte oder sechste LKW, äh... LKW, wo mir einen Spiegel abgefahren hat. Dankeschön! Ich bin ja schon unterwegs. Ja, du machst gleich doch besser, du... Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann... Der nächste, der werft sich dann auch jemand fürs Video, der hat die Gatterei. Automatik reinmachen. Zack! Was machst du denn? Du bist jetzt eigentlich da. Mit dem Pinky. Äh, mit dem Lila. Ey! Wo steht ihr gerade? Wo geht's dann los? Ey! Haha! Markus? Nee, ich komm hier nicht raus. Hast du's gesehen, gell? Ja! Ich hab grad zu wenig hintergeschaut. Boah, Marci, muss man nach hinten gucken. Marci, guck nach hinten. Haha! Vier Mann grade. Auf einer Straße. Quer. Toll. Jetzt ist es grade aus dem Kopf weg. Marci! Mensch, Marci! Alter Schwede, hier geht's ja gar nicht voran. Kuscheltour oder was? Also auf Kuscheltour wär ich wär wirklich nicht gehen. Auch wenn's das grad nicht verstehe ich so kleine. Nee, nee, nee. Mir zu. Markus ist nicht wieder bei der Reichstatt. Nee, nee, nee. Das auch nicht. Könnt's schon mal wieder abbiegen. Oh, ey! Tobi, du hast alles verpasst, wie du jetzt in der Trinkgeschaut hast. Wollt man der 16 Jahre weiß. ah ich will mal 60 hier lang tuckeln deswegen ist nun mal der verbrauch runter danke schön du hatte ich gestritten natürlich hatte ich gestritten natürlich beklopter von innen ja ding dong ding dong ich hab's gesagt oh Ha 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 Beautiful tenho es Ja, wirklich, da bin ich immer wieder allein lassen, aber ey, wirklich, ohne Scheiß Ich werde dich verdienen werden, danke Egal ob er schreit oder nicht, den verstehen wir noch eh nicht Ach so, Hexi, jetzt kannst du mal in den Bann genießen, ne? Zwei, sechs Zwei, sechs, fünf, zwei Zwei, sechs, fünf, sechs, fünf, 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 So, wo kam der denn her eben? Ist er reingesprungen? Ey, das gibt's ja wohl lieber was. Wie klasse hast du mit der Fee-Funktion? Wie klasse hast du mit der Fee-Funktion? Der 4081, mach mal was. Ah, den hab grad eingepackt, du solltest necks Friseur, ey, glaubst du's? Aber was soll's? Was macht der? Was macht der? Alter Schwede. Alter Schwede. Ineinander rein. Jawohl, so ist richtig. Zu viel Frauen am Steuern, Autodamp. Ich glaub, die haben die viel geschnüffelt. Was ich auch geil finde, ist, dass jeder so ne übelste Karre fährt, so ne übelste Schwerlastbute, ne? Und was ziehen sie dann? Entweder ne Plane oder so ne kleinen 3-Achser, so ne kleine Kippmühle oder so ein Spies? Pisser, ey. Ich hab momentan lang Holz drauf. Der Falter. Der Falter. Ich werde jetzt auf die letzten 100 Meter. Oder auf die letzten 2 Kilometer stehen. Du bist doch nicht ernsthaft dadurch, guck, du bist doch dumm. Wie bist du dadurch? Oh Gott. Also wie kann ich das, wie kann ich das Fluggerät benutzen? Eee, X. Oh, okay. Really guy. Tschöng. Töger. Bekid.. Eee.. Manne... Ne? Das... Du.. Du... Du... Du.. Du.. Du du.. So, Auftrags... Wir machen Elefanten... Ich mach das jetzt so wie der Trottel mit dem VW-Bus auf der Autobahn. Ja, dann brems ab! Brems ab, Slayer! Ach, das wird ja einspurig! Entschuldigung! Ich sag's mir, überleg ich. Ich komm mit der Honda mit der Fireblade mit 240 über der Autobahn gefetzt. Dann zieht so... Ich hab ein Lenk und der rasselt mir sowas von hinten rein. Ist das der? Ne, das war ein Ruder. Alter, wie ich das Design hasse, dieses Racing Design. Boah, Alter! Alter, was macht der? Was macht der? Ich muss mal bremsen, lass mich mal angucken. Ich nehm's ab dran, aber Hauptsache bei mir hier vorne hinten... Von den anrasen und dann abbremsen, ne? Aber nix großartiges machen, einfach fahren lassen. Das war jetzt auch ich. W chairs so, wie corey. What the fck. Hast das auf Video? I Presentation, vom Entschätzchen Tr fortunate. Ja, könnte ich's drauf machen, aber mach ich ihn nicht. Doch, mach drauf, der hat mich weggerammt. OK. Ok Wie heißt er? Patrick Und wieder gerammt Hast du es jetzt auf Video? Wie geht das mit den Reb... Das ist dann nicht mein Problem Wenn du von mir rausziehst Das ist dein Problem, dass du dann nicht mehr vorbeikommst mehr Pisser Wenn deine Spur weg geht Hallo? Pisser Da bist du nicht, da bist du nicht, da bist du nicht Dankeschön